Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, in Saarbrücken zu sein und ich freue mich vor allen Dingen über das offenkundig nicht erlarmende Interesse am Ersten Weltkrieg. Ich hatte im letzten Jahr 168 Veranstaltungen und es sind in diesem Jahr weniger, aber das Interesse bleibt trotzdem sehr groß. Das ist natürlich für mich als Historiker per se interessant und vielleicht kommen wir auf die Frage, woher dieses große Interesse, dieses anhaltende Interesse am Ersten Weltkrieg stammt, im Verlauf der Diskussion noch einmal zurück. Ich habe Ihnen keinen klassischen akademischen Vortrag mitgebracht, sondern ich möchte Sie, wenn Sie mir die Metapher erlauben, auf eine vielleicht verstörende Reise mitnehmen in diesen Krieg. Sie können sehen, dass ich Ihnen eigentlich einige konkrete Geschichten von konkreten Menschen erzählen möchte und hinter jeder dieser Geschichten steckt in gewisser Weise eine große oder mindestens eine größere Frage. Und ich freue mich dann vor allen Dingen, wenn wir über diese Geschichten und die dahinterstehenden Fragen gemeinsam ins Gespräch kommen. Sie sehen, dass ich am Schluss meines Vortrages insbesondere eingehen möchte auf die Frage, was der Erste Weltkrieg mit dem 20. Jahrhundert und auch mit unserer eigenen Gegenwart zu tun hat. Eingänge. Bad Tölz am 1. August 1914. In der Erinnerung war es ein strahlender Sommer. Die Kinder planten für das Wochenende zusammen mit ihren Freunden aus der Nachbarschaft ein Stück aufzuführen, das sie aus Gustav Schwabs bekannter Sammlung der Sagen des klassischen Altertums kannten. Die Büchse der Pandora erzählte in der Form einer antiken Parabel von der Rache des antiken Göttervaters Zeus an Prometheus, nachdem dieser den Göttern das Feuer gestohlen hatte. Hephaistos, der Gott der Schmiedekunst, musste Zeus daraufhin die lebensgroße Gestalt einer Jungfrau anfertigen, die von allen übrigen Göttern mit vielen Gaben ausgestattet wurde, um den Menschen Unheil zu bringen. Zeus selbst führte Pandora, das heißt die Allbeschenkte, zu Prometheus Bruder und obwohl gewarnt, nie ein Geschenk der Götter anzunehmen, um Schaden von den Menschen abzuwehren, nahm dieser Pandora bei sich auf. Und im Text von Gustav Schwab heißt es dann, In ihren Händen trug sie ihr Angebinde, eine goldene Büchse von erlesener Arbeit, die mit einem Deckel versehen war. Sacht hob sie den Deckel von dem Gefäß und in dem gleichen Augenblick entflog diesem ein Schwarm von Übeln und verbreitete sich im Nu über die ganze Erde. Ein einziges Gut nur war zu unterst in der Büchse verborgen, die Hoffnung, aber auf Eingebung des Göttervaters schloss Pandora, ehe jener entweichen konnte, rasch den Deckel. Und nun erfüllte das Elend in allen Gestalten Erde, Luft und Meer, allerlei Fieber belagerten die Erde und der Tod, der vor dem die Sterblichen nur langsam beschlichen hatte, beflügelte seinen Schritt. Die Kinder fieberten der Aufführung ihres Stückes entgegen, aber ihre Generalprobe am Samstag, dem 1. August 1914, schon in eigens geschneiderten Kostümen im sommerlichen Garten des Ferienhauses, wurde vom englischen Kinderfräulein der Familie unterbrochen. »Zieht euch nur wieder aus«, sagte sie, »ihr könnt heute nicht Theater spielen, der Krieg ist ausgebrochen.« Es war die Familie von Thomas Mann, die den Sommer in ihrem idyllisch gelegenen Ferienhaus in Bad Tölz verbracht hatte. Am Nachmittag des 1. August 1914 hatte das Deutsche Reich Russland den Krieg erklärt. Entgleisung und Eskalation Sarajevo am 28. Juni 1914 Das Attentat kam nicht ohne Vorwarnung und es machte den Krieg nicht unabwendbar. Nach einem ersten Attentat auf den österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand am Vormittag des 28. Juni, bei dem mehrere Mitglieder der Delegation verletzt wurden, beschloss man eine Routenänderung durch die Stadt, um die Verletzten im Krankenhaus zu besuchen. Aber der Fahrer des ersten Wagens in der Fahrzeugkolonne wusste von diesen Plänen nichts und folgte der ursprünglich vorgesehenen Route. Und weil sein Wagen über keinen Rückwärtsgang verfügte, musste ein langsames Wendemanöver von Hand eingeleitet werden. Genau in diesem Moment präsentierten sich der Thronfolger und seine Frau völlig schutzlos dem Attentäter. Im Bericht des Grafen Harrach, des Adjutanten Franz Ferdinands, hieß es, Da ich von einem neuerlichen Attentat ganz überzeugt war, verließ ich den Sitz neben dem Chauffeur und stellte mich auf das Trittbrett des Autos neben seine kaiserliche Hoheit, und zwar genau so, dass sein ganzer Körper von links durch meinen eigenen Körper gedeckt war. Dann fuhren wir zur Lateinerbrücke und wendeten gegen die Franz-Josef-Gasse ein, Und genau in dem Moment hat seine Exzellenz, der Landesschef Potijorek, wahrscheinlich nach vorheriger Besprechung mit seiner kaiserlichen Hoheit, dem Chauffeur den Auftrag erteilt, umzuwenden, um den Weg längs des Kais zurückzumachen. Naturgemäß blieb das Auto während dieser Prozedur des Umschaltens zwei, drei Sekunden stehen. Da ertönte von rechts aus dem Menschenspalier ein Schuss und nur einen Augenblick darauf ein zweiter aus unmittelbarer Nähe. Gavrilo Princip traf Franz Ferdinand in die Halsvene und seine Frau Sophie von Hohenberg in den Unterleib. Sie starb sofort und eher kurze Zeit später. Zeitgenössische Berichte über den 28. Juni 1914, sie offenbarten ein kaum nachvollziehbares Ausmaß an Naivität der Behörden, obwohl es im Vorfeld des Besuchs in Sarajevo zahllose Hinweise auf Attentatspläne gegeben hatte. Ohne das Programm zu ändern oder die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken, lief der Besuch wie geplant weiter. Und weniger als 100 Polizisten sicherten die gesamte Fahrtroute durch die Stadt. Waren die europäischen Protagonisten, die Diplomaten, die Monarchen und Generäle im Sommer 1914 Schlafwandler, war, umsichtig, doch ohne die Fähigkeit zu sehen, in Traumbildern befangen, blind für die Schrecken, die ihr vor sich hintreibendes Gewährenlassen in die Welt brachte? Sie waren sicher keine Schlafwandler im Sinne eines unbewussten Handelns. Sie waren wach und sie waren in vieler Hinsicht übersensibilisiert. Physische wie psychische Überforderung stellte sich regelmäßig ein, als den Akteuren klar wurde, dass sich die Eskalation nicht mehr aufhalten ließ. Es war auch nicht so, dass es bei den militärischen Spezialisten kein Wissen um den Charakter eines modernen Krieges mit schwerer Artillerie und modernen Maschinengewehren gegeben hätte. Weder um die geringe Wahrscheinlichkeit eines kurzen Krieges noch um die Konsequenzen eines langen Krieges. Und dennoch, das ganze Ausmaß dessen, was zwischen August 1914 und November 1918 auf den Schlachtfeldern Europas, Afrikas, Asiens passieren würde, die Dimension von über 17 Millionen toten Soldaten und Zivilisten, sie lag für die Mehrheit der Politiker und Militärs außerhalb ihres Vorstellungshorizonts. Wenn es ein Wissen um die Potenziale dieses Krieges gab, so blieb es abstrakt. Es blieb ein Szenario, ein Teil des zeitgenössischen Möglichkeitsbewusstseins. Aber einen konkreten Maßstab für die konkreten Konsequenzen, ein Gefühl für die möglichen Dimensionen dieses Krieges besaßen sie nicht und es gab keinen historischen Bezugspunkt, es gab keinen zurückliegenden Krieg als Warnung, an dem man sich im Blick auf die Folgen hätte orientieren können. Und genau darin bestand ein fundamentaler Unterschied zwischen dem August 1914 und dem September 1939. Schlafwandler waren die Politiker, Diplomaten und Generäle auch nicht im Sinne späterer hilfloser Erklärungsversuche, mit denen Zeitgenossen aus dem Wissen um die Konsequenzen des Krieges und vor allem der Friedensverträge nach 1918 nach Versöhnungsformeln suchten. Auf diesem Weg gelangte der ehemalige britische Kriegspremier David Lloyd George in den 20er Jahren zu der suggestiven Metapher, alle Staaten seien 1914 mehr oder weniger blind in diese Katastrophe hineingeschlittert. Problematisch war etwas anderes. Problematisch waren die übernervösen Reaktionen, die vielfachen Frühwarnsysteme, mit denen konkrete Menschen immer wieder überfordert waren und war vor allem die Neigung, in Szenarien die Risikobereitschaft der jeweiligen Gegenseite auszutesten. Maschinen und Körper Ossignol in Belgien am 22. August 1914 Schon die allerersten Gefechte dokumentierten eindringlich, wie ein gut koordinierter Verteidiger, auch einen numerisch weit überlegenen Gegner vor allem durch den Einsatz von Maschinengewehren und schwerer Artillerie schlagen konnte. Bei Ossignol in Südbelgien traf am 22. August 1914 das französische Regiment Nummer 1 der 3. Kolonialdivision unter General Joseph Raffinel auf deutlich unterlegene deutsche Truppen und wurde dennoch innerhalb von weniger als 90 Minuten fast komplett aufgerieben, vor allem durch gegnerisches Maschinengewehrfeuer und durch eigenen, fehlgeleiteten Artilleriebeschuss. Von 3.248 Mann verlor das Regiment innerhalb von 90 Minuten 3.115 Mann, davon mehr als 2.000 Tote sowie über 1.000 Verwundete und Gefangene. Trotz dieser unvorstellbaren Opfer hielten alle Oberbefehlshaber im Kern zunächst an der überkommenen Offensivkonzeption fest. Sie alle verdrängten, wie verheerend die im Verbund eingesetzten Artilleriewaffen und Maschinengewehre mit einer Schussfolge von bis zu 600 Schuss in der Minute auf dem Schlachtfeld wirkten. Gegen die Einschränkung der Infanteriebewegung und die von der Waffenwirkung her drohende Lähmung des Gefechtsfeldes setzten sie auf einen umso gesteigerten Angriffswillen und Angriffsdruck. Sie alle blieben davon überzeugt, dass es eine Frage von Willensstärke und Disziplin, von Tapferkeit und männlicher Nervenstärke sei, möglichst viel Feuerkraft an die gegnerischen Stellungen heranzutragen und den Gegner dann im ganz Klassischen, im konventionellen Nahkampf niederzuringen. Obwohl man in den militärischen Reglements der Deckung von Infanteristen vor dem Krieg zunehmend größere Aufmerksamkeit geschenkt hatte, blieb doch die moralische Disposition des Soldaten die entscheidende Richtschnur, wie sich vor allem an der französischen Orientierung, an der Offensive à outrance zeigte. In einem französischen Felddienstreglement vom November 1914 hieß es, die moralischen Kräfte sind die mächtigsten Träger des Erfolgs. Die Ehre und die Vaterlandsliebe flößen der Truppe die edelste Hingebung ein, der Opfermut und der Wille zu siegen sichern den Erfolg. Feldbefestigungen oder gar ausgebaute Schützengräben lehnten fast alle Stabsoffiziere ab, da sie befürchteten, solche Schützengräben könnten den Angriffswillen der Mannschaften lähmen und angeblicher Feigheit Vorschub leisten. Und so blieben in allen europäischen Armeen die Leitsätze des russischen Generals Tragomirov leitend. Er hatte geschrieben, Zitat, Die Waffenwirkung hatte aber nicht allein eine quantitative Dimension. Denn Töten und Getötetwerden wurden jetzt anonymisiert. Die Bedienung der schweren und schwersten Geschütze war von den Wirkungsorten so weit entfernt, dass der Krieg durch diese Distanz und die notwendige Funkkommunikation eigenartig abstrahiert, ja fast bürokratisch erschien, jedenfalls eine ganz eigene, rational-sachliche Dimension anzunehmen schien. Harry Graf Kessler beschrieb seine Eindrücke vom Einsatz der neuen Kruppmörser in Belgien in seinem Tagebuch vom 22. August 1914, Zitat, Der eine rasierte den Beobachtungsturm der Belgier und der andere warf einen riesigen Betonblock herauf. Man sah die Zerstörung fortschreiten. Die deutsche Feuerleitung, ein Hauptmann und ein Oberleutnant, saßen neben uns in Deckung wie in einem Büro. Sie gaben durch Telefon dem zwei Kilometer entfernten Geschütz Befehle und Zahlen an, genau wie ein Bankier, Orders für Kauf und Verkauf an die Börse telefoniert. Eine ganz methodische Bürotätigkeit, eine Geschäftstätigkeit, deren börsenartiger Eindruck noch dadurch erhöht wurde, dass der Hauptmann auf das Haar Walter Rathenau glich. Eine Order konnte hundert Leichen erbringen und zwischen den Schüssen wurde geplaudert und mit Sekt gefrühstückt. Man empfand es nur, wenn man sich zwang daran zu denken, dass der kühle Rechner mit seinen Orders tötete. Trotz der Zensur erfuhren die Menschen in allen europäischen Gesellschaften sehr schnell von den Vernichtungsdimensionen dieses Krieges. Der junge Franzose, der im August 1914 wegen einer Krankheit nicht zu seiner Einheit zurückkehren konnte und am Ende des Jahres der einzige von 27 Mitschülern seiner Klasse am Lycée war, der noch am Lehmen war, er war nur ein Beispiel unter Tausenden in den europäischen Kriegsgesellschaften. Der 45 Jahre alte Michel Corday, der als hoher Beamter im November 1914 in Bordeaux mit den französischen Ministern Aristide Briand und Marcel Sombat zu Mittag aß, erfuhr dabei, dass auch die französischen Kabinettsmitglieder keine Ahnung mehr hatten, über wie viele Soldaten Frankreich überhaupt noch verfügte und wie hoch genau die Verluste der ersten Wochen waren. Angesichts der vielen Toten und Vermissten war die Bürokratie überhaupt nicht mehr in der Lage, Truppenlisten zu aktualisieren. Als Corday im Dezember 1914 der Wiedereröffnung der Deputiertenkammer in Paris beiwohnte, da traf er den Adjutanten eines Generals, der im Zivilleben Direktor der Opera Comique gewesen war, und der ihm berichtete, dass man dort in der Oper nun jeden Abend bis zu 2000 Besucher abweisen müsse. In den Logen säßen fast immer Frauen in Trauerkleidung, die kämen, um allein in der Oper zu weinen und Trost in der Musik zu suchen. Am 27. September 1914 hieß es in einem Kommentar des Prager Tagblatts, Zitat, Das Unheimlichste an diesem Krieg ist die Heimlichkeit, mit der er geführt wird. Unsere Söhne, Brüder, Gatten und Väter besteigen einen Zug, und wir wissen nicht, wohin er sie trägt. Unsere Angehörigen dürfen uns nicht schreiben, wo sie sind, und wenn wir ihren Namen in den Verlustlisten lesen, so ahnen wir nicht, wo sie begraben liegen und in welcher Schlacht sie ihre Verwundung empfingen. Stillstand, Bewegung und Zufall Im Artois am 15. August 1915 Der französische Rekrut Jean d'Artemont übersah am 15. August 1915 zum ersten Mal einen größeren Frontabschnitt vom Turm einer durch Artilleriebeschuss beschädigten Kirche auf dem Hügel des Mont Saint-Élois im Artois. In seinem Kriegstagebuch schrieb er Von dort blickte man weit über die Ebene des Artois. Doch gar nichts ließ erkennen, dass dort wirklich eine Schlacht im Gange war. Nur einige weiße Wölkchen, die den Detonationen vorangingen, bewiesen uns, dass der Krieg hier wirklich stattfand. Wir sahen keine Spur der in ihre Gräben geduckten Armeen, die sich in dieser stillen, ausgedörrten Landschaft gegenseitig beobachteten und langsam zerstörten. Kriegserwartung und Fronterfahrung der Soldaten, sie fielen in diesem Krieg weitgehend auseinander und der Blick von oben erstand in keinem Verhältnis zum Wissen um die Grausamkeit der Schlacht. D'Artemont schrieb, diese so ruhig unter der sengenden Sonne daliegende Fläche verunsicherte uns in unseren Vorstellungen vom Kriegsverlauf. Wir konnten die Schützengräben zwar deutlich erkennen, aber sie wirkten wie kleine Dämme, wie schmale, gewundene Kanäle und es schien uns nicht denkbar, dass dieses zarte Netz den Angriffen ernsthaften Widerstand entgegensetzen könnte. Ja, es sah aus, als könnte man mit ein paar Schritten darüber setzen und vorrücken. In der Raumwahrnehmung der Soldaten gab es keine Schlachtfelder im traditionellen Sinne mehr, sondern nur noch einzelne Frontabschnitte, auf die sich das Feuer der artilleristischen Distanzwaffen bezog. Und so entstand im Bewusstsein der Zeitgenossen eine gerichtete Landschaft. Zur Frontlinie hin schien das Gebiet ein Ende zu haben, dem ein Nichts folgte. Und nach hinten öffnete sich ein ganz eigener Raum, der durch gestaffelte Funktionen definiert war, ein Netz aus Versorgungs- und Verteidigungskräben, aus Artilleriestellungen und schließlich der Etappe. Mit dem Übergang vom Bewegungs- zum Stellungskrieg an der Westfront bildete sie einen ganz eigenen Mikrokosmos des Krieges mit riesigen Versorgungslagern für Munition und Lebensmittel, mit Lazaretten zur Erstversorgung für Verwundete, mit Stellungsräumen für neue Truppen und Ruhezonen für Kampftruppen nach dem Einsatz. Die Macht des Zufalls, die darüber entschied, ob man diesen Krieg überlebte oder nicht, sie wurde zu einem Leitmotiv der soldatischen Fronterfahrung. Der österreichische Schriftsteller und Offizier an der Alpenfront Robert Musil erlebte im September 1915 den Einschlag eines italienischen Fliegerpfeils unmittelbar neben sich. Fliegerpfeile waren etwa 15 Zentimeter lange Stahlpfeile, die Kampfpiloten aus ihren Flugzeugen über der gegnerischen Front abwarfen. Für Musil nahm dieses Erlebnis den Stellenwert einer eigenen Initiation an, in dem sich das Nichtwissen um den Einschlag mit dem Wissen um die Präsenz und um die unmittelbare Nähe des Todes verbannt. In seinem Tagebuch schrieb er Das Schrapnellstück oder der Fliegerpfeil auf Tenna. Man hört es schon lange. Ein windhaft pfeifendes oder windhaft rauschendes Geräusch, immer stärker werdend. Die Zeit erscheint einem sehr lange. Plötzlich fuhr es unmittelbar neben mir in die Erde, als würde das Geräusch verschluckt. Von einer Luftwelle gar nichts erinnerlich. Es muss aber so gewesen sein, denn instinktiv riss ich meinen Oberleib zur Seite und machte bei feststehenden Füßen eine ziemlich tiefe Verbeugung. Dabei von Erschrecken gar keine Spur und auch nicht von dem reinen Nervösen wie Herzklopfen, das sonst bei plötzlichem Schock auch ohne Angst eintritt. Und nachher ein sehr angenehmes Gefühl, Befriedigung es erlebt zu haben, beinahe stolz, aufgenommen worden sein in eine Gemeinschaft, Taufe. Dieses Gefühl, dem Tod jederzeit ausgesetzt zu sein, blieb nicht auf die unmittelbare Schlacht allein beschränkt. Jean d'Artemont beschrieb eine völlig veränderte Wahrnehmung von Himmel- und Sonnenaufgang als Chiffren von Natur und Zeit, die in allen Vorkriegsgesellschaften Zeichen des Friedens und der Harmonie gewesen waren, die jetzt aber zu bedrohlichen Fallen wurden, wenn die Aufmerksamkeit der Soldaten nachließ. In seinem Tagebuch lesen wir Das rosa Morgenlicht, die stille Dämmerung, der warme Mittag, es sind Fallen. Denn die Freude wird für uns ausgelegt wie ein Köder. Von körperlichem Behagen erfüllt, streckt ein Mann seinen Kopf aus dem Schützengraben und wird getötet. An dem mehrstündigen Beschuss fallen nur wenige Männer zum Opfer, aber eine einzige aus Langeweile abgeschossene Granate fällt mitten in einen Zug und vernichtet ihn. Ein Soldat ist nach albtraumhaften Tagen aus Verdun zurückgekehrt und beim Exerzieren explodiert ihm eine Handgranate in der Hand, weist ihm den Arm ab und zerfetzt ihm die Brust. Soldaten begriffen sich in diesem Krieg weniger als Täter, sondern eher als Opfer. Als Opfer von technologisch anspruchsvollen Waffen, von Geschossen und von einem Gewaltsystem, das allenfalls in kurzen Momenten noch durch die gegnerischen Soldaten, durch konkrete Menschen also sichtbar wurde. Ansonsten handelte es sich um eine weitgehend entindividualisierte Erfahrung, die aber auf die Psyche der Betroffenen umso stärker einwirkte. Und genau daraus resultierte auch die Neigung vieler Frontsoldaten, den Gegnern nicht im Licht jener nationalen Feindbilder zu sehen, die zu Kriegsbeginn im Sommer 1914 in allen Heimatgesellschaften dominiert hatten und präsent blieben. Vielmehr hob man die gemeinsame Erfahrung hervor, die aus prinzipiell gleichen Gefahren und gleichen Lebensbedingungen auf beiden Seiten der Front resultierte. Der Gegner blieb Gegner, aber er war auch immer wieder Kamerad. Gerade der Abstand zu den Kommandeuren der Etappe, die sich vertiefende Kluft zwischen relativer Gleichheit soldatischer Lebenswelten und dem immer kritischeren Blick auf die Oberbefehlshaber als Architekten und Theoretiker des Krieges bildete für diese Deutung einen entscheidenden Ansatzpunkt, wie auch der französische Rekrut Jean d'Artement in seinem Tagebuch resümierte. Daher ist der Schrei, so schrieb er, der manchmal aus den deutschen Schützengräben erschallt, Kamerad Franzose, ganz sicher ernst gemeint. Denn der Fritz ist dem Poilu viel näher als seinem eigenen Feldmarschall und der Poilu ist dem Fritz aufgrund des gemeinsamen Elends viel näher als den Leuten in Compiègne. Unsere Uniformen sind unterschiedlich, doch wir sind alle Proletarier der Pflicht und der Ehre, Bergarbeiter, die in konkurrierenden Grubenunternehmen arbeiten, doch vor allem gleich entlohnte Bergarbeiter, die von schlagenden Wettern bedroht werden. Elias Canetti hatte zusammen mit seiner Mutter und seinen beiden jüngeren Brüdern 1916 Wien verlassen und war in die neutrale Schweiz nach Zürich umgesiedelt. Dort, so erinnerte sich der Schriftsteller später in seiner Autobiografie, ging er eines Tages mit seiner Mutter an der Limmat spazieren, als er Zeuge einer eindrücklichen Szene wurde. Eine Gruppe schwer verletzter französischer Offiziere in ihren auffälligen Uniformen begegnete deutschen Invaliden. In Zürich trafen im Laufe des Krieges zahllose Gefangene und verletzte Offiziere aufeinander, die sich in der Regel in der Schweiz erholten und die dann ausgetauscht wurden. Ich weiß noch, schrieb Canetti, wie der Schrecken mir in die Glieder fuhr. Was wird jetzt geschehen? Werden sie aufeinander losgehen? Und in dieser Betroffenheit wichen wir nicht rechtzeitig aus und fanden uns plötzlich zwischen beiden Gruppen mitten in unter ihnen. Canetti erwartete, dass die Invaliden im Wissen um das vom Gegner verantwortete eigene Leid den Krieg in Worten oder Gästen fortsetzen würden. Als er aber in die Gesichter der Soldaten blickte, da erkannte er etwas ganz anderes. Keines, schrieb er, keines war von Hass oder Wut verzerrt, wie ich erwartet hatte. Sie sahen einander ruhig und freundlich an, als wäre es nichts und einige salutierten. Sie gingen viel langsamer als andere Menschen und es dauerte, so kam es mir vor, eine Ewigkeit, bis sie aneinander vorbei waren. Einer der Franzosen drehte sich noch zurück, hob seine Krücke in die Luft, fuchtelte ein wenig mit ihr und rief den Deutschen, die nun schon fast vorüber waren, zu, Salü. Und ein Deutscher, der es gehört hatte, tat es ihm nach. Auch er hatte eine Krücke, mit der er fuchtelte und gab den Gruß auf Französisch zurück. Salü. Man könnte denken, wenn man das hört, dass die Krücken drohend geschwungen wurden, aber so war es keineswegs, denn man zeigte einander zum Abschied, was einem gemeinsam geblieben war. Krücken. Krücken und Prothesen, sie symbolisierten über alle nationalen Unterschiede und patriotischen Aufladungen hinweg eine elementare Gemeinsamkeit der soldatischen Kriegserfahrung, nämlich sichtbar Opfer geworden zu sein und die Teilnahme an diesem Krieg mit einem verletzten Körper oder einer beschädigten Psyche bezahlen zu müssen. Und so gaben die Invaliden diesem Krieg ein Gesicht und für kaum eine Gruppe galt das so, wie für die in ihren individuellen Physionomien entstellten Opfer. Erich Kuttner, Abgeordneter der SPD und Journalist, veröffentlichte im September 1920 einen Bericht im Parteiorgan vorwärts. In ihm beschrieb er seine Eindrücke aus einem der Berliner Krankenhäuser, in dem Schwerverletzte des Krieges behandelt wurden. In das kleine Geschäftszimmer tritt ein Mann, der quer über die Mitte des Gesichts eine Binde trägt. Er nimmt sie ab und ich starre in ein kreisförmiges Loch von der Größe eines Handtellers, das von der Nasenwurzel bis zum Unterkiefer reicht. Das rechte Auge ist zerstört, das linke halb geschlossen. Und während ich mit dem Mann rede, sehe ich das ganze Innere seiner Mundhöhle offen vor mir liegen. Kehlkopf, Speiseröhre, Luftröhre, wie bei einem anatomischen Präparat. Aber was ist das für ein seltsam behaarter Klumpen, der lose an ein paar Sehnen und Bändern wie ein Glockenklöppel in dem Hohlraum pendelt? Man erklärt mir, es ist eine verunglückte Nase, die dem Unglücklichen eingesetzt werden sollte. Einstweilen hat der Mann seine 18. Operation überstanden, aber das ist noch kein Rekord. Bald darauf lerne ich Leute mit 30 und 36 überstandenen Operationen kennen. Grundlegend veränderte sich die Vorstellung des Kriegsopfers durch den Krieg. Das hatte viel mit einer Verwandlung von Körperbildern und Körperpraktiken zu tun und es hatte enorme Konsequenzen für das Verständnis von Kriegshelden in allen Gesellschaften. Hatte eine Verwundung zu Beginn des Krieges noch als Auszeichnung, als Beweis für das heldenhafte Vorbild des einzelnen Soldaten für sein Vaterland gegolten, so ließ sich diese Vorstellung angesichts der riesigen Zahl von Verwundeten und Kriegsversehrten immer weniger aufrechterhalten. Die verletzten Körper, die Präsenz von physischer und psychischer Beschädigung, sie zwangen dazu, das überkommene Bild männlicher Kriegerhelden weiterzuentwickeln. Nicht mehr allein das Opfer im Kampf sollte den Helden qualifizieren, sondern auch der gelungene Prozess seiner Heilung, seiner Reintegration in die Berufs- und Arbeitswelt. Nach dieser Deutung fand der Kriegsheld trotz seiner schweren Einschränkung und Behinderung den Weg zurück in eine Beschäftigung. Er überwand die körperliche Beeinträchtigung. Ja, er restituierte seinen Status als Mann durch Willen und Disziplin. Jedenfalls verließ sich der Invalide nicht auf eine passive Rolle oder gar einen Anspruch auf ökonomische Unterstützung. Und genau hier setzte sich die Ideologie des Willens fort. Der Glaube daran, den entscheidenden Sieg auch gegen die stärkste Verteidigung, gegen die größte technische Überlegenheit des Gegners erzwingen zu können, diese Ideologie galt auch für den verletzten Soldaten im Kampf mit sich selbst. Und so erschienen alle am Heilungs- und Rehabilitationsprozess Beteiligten als Helden, die Ärzte im Kampf gegen Willensschwäche und Simulation und selbst die Ingenieure, die mit der immer weiter perfektionierten Prothetik einen Sieg der Technik an der Front der verletzten Körper zu erringen schienen. Vor allem aber die Verletzten selbst waren in dieser Deutung Helden, die mit ihrer eigenen Willensleistung das Stigma der Kriegsverletzung in ein neues Selbstbild verwandelten und der nationalen Gemeinschaft nicht zur Last fielen. Aber über das ganz individuelle Leid der Invaliden, über die vielfältige Traumatisierung, über die schwierigen Wege zurück in Familien, Berufe und Gesellschaften sagten solche Projektionen nichts, dafür aber umso mehr über die kollektiven Ängste von Nachkriegsgesellschaften vor angeblichen Kostgängern und Rentensimulanten. Heimatfronten, Männer und Frauen Unter dem Eindruck der deutschen Siegesmeldungen sandte die Stettiner Hausbesitzerin Dorothea Redepenning im September 1914 einen Brief an ihre Mietsparteien, in dem sie die epochalen Ereignisse der vergangenen Wochen kommentierte. Die gewaltige Wendung, schrieb sie, die gewaltige Wendung, die durch die Gnade des allmächtigen Gottes unsere durch seine Macht und Kraft bewaffneten Truppen uns errungen haben, lassen uns in eine große, gesegnete kommende Zeit blicken. Möchte unser Volk so viel Gnade nie vergessen und nie den alten Gott, der Staat und Volk vor allem übel bewahrt. Ihre Wohnung kostet vom 1. Oktober an 30 Mark mehr. Genau so gelangte der Erste Weltkrieg nach dem Sommer 1914 auf ganz unterschiedlichen Wegen in die Heimatgesellschaften. Dieser Krieg veränderte politische Entscheidungsprozesse, die Funktion von Parlamenten und Parteien, er veränderte soziale Konstellationen und überkommene gesellschaftliche Rollen. Er stellte die überkommene Ordnung von öffentlichen und privaten Finanzen und Ökonomien, die Strukturen von Produktion und Handel in Frage. In wenigen Monaten verdichteten sich all diese Tendenzen zu einer eigenen Heimatfront, der mit zunehmender Dauer des Krieges ein immer größeres Eigengewicht zukam, das für die Kriegserfahrung von Millionen von Frauen, Männern, Heranwachsenden und Kindern prägend werden sollte. Im Kern forderte der Krieg alle Gesellschaften heraus, indem er durch die enormen Opfer zum Testfall von Kohäsion und Integration, von Loyalität, Mobilisierung und Kontrolle, aber auch von Überzeugungen und Rechtfertigungen wurde. Je länger der Krieg dauerte, desto widersprüchlicher wurde die Wahrnehmung der Frau im Krieg. Ihr Bild als unschuldiges Opfer feindlicher Gewalt blieb erhalten, sei es in der Erinnerung an die Vergewaltigung namenloser belgischer Frauen durch deutsche Soldaten oder in der Empörung über die Hinrichtung der der Spionage verdächtigen britischen Krankenschwester Edith Cavell durch Deutschland 1915. Aber gleichzeitig erschien die Frau auch als Hort der Gefahr, der emotionalen Instabilität, der Verführung und Verführbarkeit, Eigenschaften also, die im Gegensatz zu der den Männern an der Front zugeschriebenen Willenskraft und Nervenstärke standen. Gerade in Augenblicken der Krise an der Heimatfront schien es wichtig, die mit den Geschlechtern identifizierte Wertordnung und ihre Gültigkeit unter Beweis zu stellen. Als die französischen Behörden 1917 Martha Harry als deutsche Spionin aburteilen und hinrichten ließen, da spielten solche Vorstellungen eine ganz wesentliche Rolle. Und in die Sphäre der mit der Frau identifizierten Gefahren gehörte auch das Motiv der weiblichen Überträgerin von Geschlechtskrankheiten, vor der Millionen von Soldaten auf unzähligen Flugblättern immer wieder gewarnt wurden. Schließlich war der Krieg eine elementare Herausforderung für Familien, Partnerschaften und Ehen. Dabei war das Verhältnis zwischen Front und Heimat niemals statisch, wie die vergewaltigten Frauen im besetzten Frankreich und die zahllosen Briefe von Frauen und Soldaten bewiesen. 27 Milliarden Feldpostsendungen in Deutschland vom Sommer 1914 bis Winter 1918 mehr als 9 Millionen täglich. Die emotionale Verbindung zu den kämpfenden Brüdern, Vätern und Ehemännern, die Angst davor, sie nicht wiederzusehen oder die Trauer um die Toten, das war die eine Seite. Aber die Frauen erfuhren den Krieg auch ganz konkret, etwa in den Luftangriffen auf frontnahe Städte, in den nicht abreißenden Flüchtlingsströmen in die Großstädte und in der Kriminalisierung des Alltags. Die monatelangen Trennungen und der Eindruck, dass sich die Erfahrungen an der Front und in der Heimat trotz der unzähligen Briefe und Pakete immer weiter voneinander entfernten und sich über die lange Dauer des Krieges immer weniger vermitteln ließen, all das trug auch zur emotionalen Entfremdung von Ehepartnern bei. Die Flucht vieler Soldaten in eine Idylle, in eine imaginierte Normalität, der Versuch, an einem Vorkriegsbild von Heimat, Familie, Ehe und Treue festzuhalten. Sie diente der emotionalen Selbststabilisierung, aber sie hatte einen hohen Preis. Und gerade Frauen nahmen diese sich mit jedem Kriegsjahr vertiefende Kluft zwischen Illusion und Realität sehr genau wahr. In der Korrespondenz zwischen Anna und Lorenz Treplin, er seit 1901 Chirurg am Allgemeinen Krankenhaus in Eppendorf und im August 1914 als Stabsarzt einberufen, zeigte sich das in aller Deutlichkeit. Anna Treplin erkannte sehr früh, dass von einer Beziehung überhaupt nicht mehr die Rede sein konnte und dass ihr Mann immer weniger in der Lage war, den Alltag der heranwachsenden Kinder nachzuvollziehen. Seine dauernden Hinweise auf den sicher bald zu Ende gehenden Krieg kommentierte sie im September 1916 lakonisch, denn wenn es auch sehr nett von dir ist, so konsequent an das uns seit zwei Jahren bekannte nahe Kriegsende zu glauben, wenigstens vergeblich, so hat es nach meiner Ansicht nicht den geringsten Zweck, sich darüber irgendwelche Illusionen zu machen. Und auch die Heimatbesuche von Lorenz Treplin verstärkten das Gefühl einer Entfremdung. Nach seinem bisher längsten Urlaub von drei Wochen schrieb er im Frühjahr 1917, da sitze ich nun also seit gestern Abend wieder hier und es ist, als wäre nichts gewesen, als hätte man in einer einzigen Nacht die ganzen schönen drei Wochen geträumt, die mir in den ersten Tagen so wunderschön lang vorkamen. Aber weißt du, so schön auch die ganze Zeit war, es hat doch etwas Unbefriedigendes zu Hause zu sein und doch nur als Gast. Und dieses Gefühl des Unbefriedigtseins, es lagert über den ganzen schönen Erinnerungen. In dem immer wieder von bürgerlichen Konventionen bestimmten Briefwechsel fiel vor allem das disziplinierte Schweigen auf, als die Familie dramatische Verluste und Todesfälle hinnehmen musste. Die, von der sich in Hamburg immer mehr verschlechternden Versorgungslage völlig ausgezehrte Frau und ihre drei Kinder erkrankten bei einem Besuch ihrer Schwiegereltern im Sommer 1917 auf dem Land an der Ruhr und zwei Kinder starben. Über diesen existenziellen Einschnitt des Familienlebens verlor Lorenz Treblin in über 600 Briefen bis zum Ende des Krieges nicht ein einziges Wort und ging und ging praktisch nicht mehr auf die Situation zu Hause ein. Es sollte lange dauern, bis die Ehepartner nach dem Krieg wieder zueinander fanden und die durch den Krieg und seine ganz persönlichen Opfer entstandene Fremdheit allmählich wieder überwandten. Lorenz und Anna Treblin hoben ihre Briefe auf, aber auch nach dem Krieg sollten sie über ihre Erfahrungen mit ihren nachgeborenen Kindern und innerhalb der Familien niemals sprechen. Als die über 1500 Briefe 1995 zufällig entdeckt wurden, da waren sie noch im Original verschnürt. Plötzlichkeit und Zerfall 1918 Wann endete der Weltkrieg oder besser Wo endete welcher Krieg? Ende 1918 existierten längst ganz unterschiedliche Gewalträume. Gewalträume des Staatenkriegs, aber auch des Bürgerkriegs oder des ethnischen oder nationalen Unabhängigkeitskampfes. Gewalträume, in denen sich die chronologische Gleichzeitigkeit historisch ungleichzeitiger Gewalterfahrungen abbildete. Anfang August 1914 hatte der Beginn des Krieges noch einen gemeinsamen Bezugspunkt für Millionen von Menschen über riesige geografische Distanzen hinweg dargestellt. Für den Prager Schriftsteller Franz Kofka genauso wie für den Lastwagenfahrer Kande Camara aus dem Westafrikanischen Kindia in französisch Guinea. Das Ende des Krieges war ungleichzeitiger. Der 11. November 1918 beendete den Krieg zwischen Staaten im Westen, aber der Waffenstillstand bedeutete nicht das Ende der Gewalt an vielen anderen Orten. In Ost, Ostmittel und Südost Europa, in der Zerfallszone der multiethnischen Großreiche Russlands, Habsburgs und des Osmanischen Reichs, wo der Staatenkrieg zum Staatszerfall geführt hatte und wo der Weltkrieg in Bürgerkriege und ethnische Konflikte übergegangen war, wo die Front zu einem Gewaltraum geworden war, in dem jeder, Soldat oder Zivilist, der Feind sein konnte. Wer sich auf die so oft zitierte elfte Stunde am elften Tag des elften Monats Konzentriert, der wird mit dem Symboldatum des elften November 1918 allenfalls das Ende des Staatenkrieges in Westeuropa erfassen, obwohl schon zu diesem Zeitpunkt wichtige Akteure des Sommers 1914 wie das Zarenreich oder die Habsburger Monarchie gar nicht mehr existierten. Der erste im Krieg getötete britische Soldat war der 16 Jahre alte John Parr aus Finchley gewesen, der als Caddy gearbeitet und im Sommer 1914 sein wahres Alter verschwiegen hatte, um sich gleich zu Kriegsbeginn als Freiwilliger beim Mittelsex Regiment melden zu können. Als Fahrradaufklärer war er am 21. August 1914 nördlich von Mons in Belgien auf vorrückende deutsche Kavallerie gestoßen und bei einem Feuergefecht erschossen worden. George Allison war der letzte im Krieg getötete britische Soldat, ein Bergarbeiter aus Leeds, der im Alter von 40 Jahren am 11. November 1918 morgens um 9.30 Uhr, also etwa 90 Minuten vor Beginn des Waffenstillstandes fiel, als er sich auf einer Patrouille am Rande der Stadt Mons befand. Als Mitglied der Royal Irish Lancers hatte er den ganzen Krieg über an der Westfront gekämpft. Zufällig fand man 2008 heraus, dass John Parr und George Allison die Anfang und Ende des britischen Einsatzes an der Westfront symbolisierten auf einem und demselben Militärfriedhof Saint-Symphorien östlich von Mons in Belgien begraben liegen. Die britischen Soldaten waren ganz zu Beginn und ganz am Ende des Krieges weniger als zwei Kilometer voneinander entfernt gefallen. Zwischen dem Tod der beiden lagen 51 Monate Krieg und über 17 Millionen tote Soldaten und Zivilisten, aber sie hatten beide praktisch dasselbe Gebiet verteidigt. Gedächtnisse Lyon am 1. Februar 1918 Am 1. Februar 1918 wurde am Bahnhof Garde-Brotteu in Lyon ein französischer Soldat aufgegriffen, der offenkundig aus deutscher Kriegsgefangenschaft kam, aber über keinen Militärpass oder über ein anderes Dokument verfügte, das über seine Identität hätte Aufschluss geben können. Er selbst hatte offenkundig sein Gedächtnis verloren. Aus seinen weitgehend unverständlichen Äußerungen glaubte man allenfalls den Namen Onthelme Morgin zu verstehen. Nach einer langen Odyssee durch zahllose Krankenhäuser und psychiatrische Anstalten landete er schließlich in einem Heim in Roday im südfranzösischen Departement Aveyron. Dessen ärztlicher Direktor Dr. Robert Faneroux bemühte sich um den unbekannten Soldaten und strengte schließlich eine nationale Suchkampagne an, um die Angehörigen des Patienten ausfindig zu machen. Nachdem man ein Foto von Morgin in den wichtigsten Zeitungen des Landes publiziert hatte, meldeten sich über 400 Familien, die in dem Abgebildeten einen Ehemann, Bruder, Sohn oder Enkel zu erkennen glaubten. 20 20 dieser Familien konkurrierten schließlich vor Gericht um die Identität des Ontel Morgin. So wurde die Entscheidung zunächst den Behörden und am Ende den Gerichten zugewiesen. Es kam zu einem jahrelangen Prozess. Schließlich aber ließ sich die Identität des Soldaten bestimmen. Bei einem Besuch in Saint-Mort sur Indre 1934 war er in der Lage, ohne Hilfe den Weg vom Bahnhof zu seinem Elternhaus zu finden. Dennoch setzte sich das juristische Tauziehen weitere vier Jahre lang fort, denn wegen eines Einspruchs einer gewissen Madame Lucie Lemaix, die sich absolut sicher war, in Morgin ihren vermissten Ehemann zu erkennen, kam es zu langwierigen Revisionsverfahren. Erst als Pierre Morgin 1938 die gerichtliche Bestätigung erhielt, dass er sich bei dem unbekannten Soldaten um seinen Sohn Oktav handelte, kehrte dieser nach Hause zu seinem Vater und seinem Bruder zurück. Zwei Monate nach seiner Rückkehr kamen Vater und Bruder bei einem Unfall ums Leben. Oktav Mangeois verschwand erneut und nun für immer in einem Heim. Weil die französische Vichy-Regierung nach Vorbild der Nationalsozialisten die psychiatrischen Anstalten des Landes massiv vernachlässigte, verschlechterte sich in den Heimen seit 1942 die Versorgungssituation immer mehr. Am 10. September 1942 starb der bekannteste unbekannte Soldat Frankreichs infolge gravierender Unterernährung. Zunächst in einem Massengrab bestattet, wurde er 1948 exhumiert und unter riesiger Anteilnahme diesmal von Veteranen Zweier-Weltkriege beerdigt. Aber noch im Jahre 2012 forderte die Enkelin einer der Kläger aus den 30er Jahren eine erneute Exhumierung und eine Klärung durch eine DNA-Probe. Der juristische Kampf um Octave Mongeois reflektierte eine grausame Hypothek dieses Krieges. Allein in Frankreich galten mindestens 300.000 Soldaten nach 1918 als vermisst. Zum einen waren zumal in den ersten Kriegswochen bei horrenden Verlusten und in den Rückzügen viele Gefallene nicht mehr registriert worden und zum anderen waren durch den neuartigen Einsatz schwerer und schwerster Artilleriegeschosse viele Leichen überhaupt nicht mehr identifizierbar. Das damit verbundene Trauma das zahllose Familien kein Todeszeugnis keine Leiche und damit auch keine letzte Sicherheit keinen letzten konkreten Ort zur Trauer um einen Angehörigen besaßen, es übertrug sich angesichts der hohen Zahl von Vermissten auf die ganze Gesellschaft. Das zeigte sich an der enormen Resonanz, die Mange Schicksal als Symbol für die unbekannten Soldaten erregte. Gerüchte über angeblich späte Heimkehrer nährten noch über Jahre und Jahrzehnte hinweg die Hoffnung, Ehemänner, Söhne, Brüder doch noch wiederzufinden. Hinter der kollektiven Vorstellung, die vermissten Soldaten könnten unerwartet doch noch zurückkehren, ja, in dem zum Teil zwanghaften Festhalten an dieser Möglichkeit stand auch die Unsicherheit, wie man mit dem Opfer des Krieges angemessen umgehen konnte und wurde die Angst sichtbar, die Toten zu schnell zu vergessen, zur Tagesordnung der Nachkriegszeit überzugehen und damit ihr Opfer zu entwerten. Diese Episode erhellt, wie wenig die ganz individuelle Kriegs- und Nachkriegserfahrung im offiziellen Gedenken aufging, wie wenig sich das persönliche Erinnern oder der Kampf darum mit dem kollektiven Erinnern verbinden musste. Die Kluft zwischen den bald nach Kriegsende einsetzenden offiziellen Erinnerungskulturen in den zahllosen Kriegsdenkmälern, Gedenktagen, den Darstellungen des Krieges in den Schulbüchern auf der einen Seite und der Einmaligkeit jeder einzelnen Kriegserfahrung und jeder einzelnen Trauer auf der anderen Seite, sie wurde ein wesentliches Kennzeichen der Zwischenkriegszeit. Offizielles Gedenken und individuelle Erinnerungen mochten sich überschneiden, aber das eine ging im anderen niemals auf. Hypotheken Der Erste Weltkrieg und das 20. Jahrhundert Das Ergebnis des Krieges für das 20. Jahrhundert und man könnte sagen auch unsere eigene Gegenwart, das war den Zeitgenossen unmittelbar bewusst, ging nicht allein in der Quantität der Kriegsopfer auf. Es war nicht messbar anhand der Millionen von toten Soldaten und Zivilisten. Hinter der schieren Quantität der Opfer verbarg sich eine völlig neue Qualität von Gewalt. Obwohl die Opfer anders als im Zweiten Weltkrieg zumeist noch Soldaten waren, entstand eine völlig neue Dimension von Gewalt gegen die Zivilbevölkerungen in Belgien und Nordfrankreich, in Serbien, in Armenien, in vielen Gebieten Ost- und Südosteuropas, in Asien, in Afrika. Die Ausblutung der vom Krieg betroffenen Räume, die zerstörten Städte, Fabriken, Straßen und Bahnlinien, sie alle gaben eine Ahnung von den Möglichkeiten künftiger Kriege. Zu den Opfern zählten viele Tote bisher nicht selbstständiger Bevölkerung im Verband der Kolonialgesellschaften und das verband bei allen Unterschieden die polnischen mit den Indischen und den aus Afrika und Ostasien rekrutierten Soldaten. Zur fortdauernden Wirkung des Krieges gehörte auch das Heer der zurückbleibenden Verbundeten und die damit verbundenen staatlichen Versorgungsleistungen für Kriegsinvalide. All das gab dem Krieg im Frieden ein Gesicht. Der Krieg hatte offenbart, was im Namen von Nation und Nationalstaat und Imperium möglich war und das Mögliche hatte sich in zahllosen Tabubrüchen und Enthemmungen offenbart. Genau darin bestand die Krise einer besonderen Vergesellschaftung, einer besonderen europäischen Vergesellschaftung, die sich seit dem Ausgang des 17. Jahrhunderts und vor dem Hintergrund der konfessionellen Bürgerkriege entwickelt hatte. Sie hatte nach dem Dreißigjährigen Krieg auf der Möglichkeit gegründet, Kriege durch Regeln einzuhegen, sie als Konflikte zwischen prinzipiell souveränen Staaten nicht eskalieren zu lassen, Gewalt wo immer möglich zu kanalisieren und sie damit berechenbar zu machen. Das war nach den Erfahrungen der in der Folge der Französischen Revolution und Napoleons entstandenen Kriege im Prinzip auch zwischen 1815 und 1914 zwischen Wiener Kongress und Sarajevo noch einmal gelungen. Und lange Zeit hatte sich die internationale Staatenordnung angesichts der Entstehung neuer Nationalstaaten wie Italien und Deutschland und der imperialen Ausgriffe europäischer Staaten als sehr flexibel erwiesen. Diese Epoche letztlich begrenzter Kriege kam mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende. Alle Kriegsgesellschaften verloren zwischen August 1914 und November 1918 ihre Fähigkeit aus eigenen Kräften äußeren und inneren Frieden zu schließen und einer solchen Friedensordnung langfristig zu vertrauen. Genau das markierte einen tiefgreifenden Einschnitt für die Wahrnehmung Europas und der Glaubwürdigkeit der von seinen Staaten repräsentierten Ordnungsmodelle in der Welt. Der Sieger dieses Weltkrieges war keine Nation, kein Staat, kein Imperium und sein Ergebnis war keine Welt ohne Krieg. Der eigentliche Sieger war der Krieg selbst, das Prinzip des Krieges, der totalisierbaren Gewalt als Möglichkeit. Und das wog langfristig umso schwerer, weil es im fundamentalen Gegensatz zu jenem Leitmotiv stand, das sich während des Krieges entwickelt hatte und das für unendlich viele Soldaten ein entscheidender Grund gewesen war, den Krieg, auch diesen Krieg, mit allen Mitteln fortzusetzen. Die Hoffnung nämlich, ein letzter grausamer Krieg müsse am Ende gegen das Prinzip des Krieges überhaupt geführt werden, das Vertrauen darauf, dass der Krieg, dieser Weltkrieg, ein War that will end all war sein, diese Hoffnung sollte bitter enttäuscht werden. Schon die unmittelbare Phase nach dem 11. November 1918 dokumentierte, dass und wie kriegerische Gewalt weiterhin ein Mittel der Wahl blieb. Um, wie in Irland oder Polen, neue Nationalstaaten zu etablieren oder territorial zu arrondieren, um, wie in Russland in einem blutigen Bürgerkrieg einer Ideologie zum Sieg zu verhelfen oder wie in der Türkei die Bedingungen eines ungeliebten Friedensvertrags gewaltsam zu revidieren. Was im Sommer 1914 im Kern als Krieg zwischen Staaten begonnen hatte, es mündete seit 1917 in eine Vielzahl neuer Gewaltformen, die weit über das formale Ende des Krieges im Westen Europa hinaus reichten. Dazu gehörten immer wieder überlappend nationale Unabhängigkeits, Staatsbildungskriege ethnische Konflikte und blutige Bürgerkriege. Es ist zu einfach, im Ersten Weltkrieg das Ende des 19. und den Beginn des 20. Jahrhunderts zu verorten, weil es immer wieder beides gab, Kontinuität und Diskontinuität. Die Frontkämpfer mochten als idealisierte Generation des Krieges zu Adressaten der politisch-ideologischen Mobilisierung vor allem von Rechts werden, aber das bedeutete bei allen Belastungen nach 1918 doch keine kontinuierliche Brutalisierung aller Gesellschaften der Zwischenkriegszeit. Es gab keine einfache Kontinuität von den Schützengräben in die ideologischen Gewaltregime. Es gab nicht allein die Fortsetzung des Krieges durch den Appell an die Revision der Friedensverträge, sondern auch die zahllosen Veteranen, die wie etwa in Frankreich oder Großbritannien nach 1918 das Prinzip des Krieges aus ihren eigenen Erfahrungen heraus radikal ablehnten. Aber was sich veränderte, das war der Blick auf die Möglichkeiten der Gewalt vor dem Hintergrund einer neuartigen Unübersichtlichkeit, eines Zeitalters der Frakturen, das zu neuen Kategorien zwang. Es war nach 1918 kein neuer stabiler Ordnungsrahmen erkennbar, weder gesellschaftlich noch politisch noch international. Aber die Modelle, die neuen Modelle der italienischen Faschisti wie der sowjetischen Bolschewisten, sie wandten sich unverkennbar gegen das liberale Erbe des 19. Jahrhunderts, nicht zuletzt in der ausgesprochenen Gewaltbereitschaft und im entgrenzten Terror nach innen und außen. Genau das hatte mit vielfältigen Weltkriegserfahrungen zu tun, mit den Übergängen vom Staatenkrieg in die Revolution und den Bürgerkrieg genauso wie mit den bitter enttäuschten Erwartungen in vielen Gesellschaften angesichts der Friedensverträge. Um 1930 jedenfalls schien das Modell des liberalen Verfassungsstaates und des Parlamentarismus seine Zukunft hinter sich zu haben. Der enthemmten Gewaltgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dieser Katastrophen- und Zerfallsphase folgte nach 1945 eine mindestens für Westeuropa friedliche Phase im Zeichen des stabilen Kalten Krieges und der Durchsetzung der demokratischen Massengesellschaft, zunächst in West, dann nach 1989 auch in Osteuropa. Es schien geradezu, als habe man die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gebraucht, um die seit August 1914 geschlagenen Wunden allmählich zu heilen. Aber sichtbar, sichtbar bleiben diese Wunden bis heute. Als vor einigen Jahren die letzten überlebenden Soldaten des Ersten Weltkriegs starben, als sich der Übergang von den kommunizierten Erinnerungen zu den kulturellen Gedächtnissen abzeichnete, da spiegelte sich in der großen Aufmerksamkeit für diese Verzeitlichung auch eine tiefere Erfahrungsschicht wieder. Dass das in Großbritannien, in Frankreich, in Belgien, Kanada, Australien intensiv verfolgt wurde, nicht aber in Deutschland, es hat selbst historische Gründe. Es verweist auf die in Deutschland bis heute vom Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust überlagerte Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. Hier in Deutschland ist der Krieg eben nicht La Grande Guerre, The Great War, De Grote Orlog, sondern er ist der Erste von zwei Weltkriegen, ist Vorgeschichte zur katastrophischen Geschichte der Jahre zwischen 1933 und 1945. Aber im Tod des letzten französischen Poilu und des letzten britischen Tommy wurden für einen kurzen Moment noch einmal jene Zeitschichten spürbar, bei denen das Frühere im Späteren aufscheint. Und das heißt, das Wissen um die im Kern grausame und zerstörerische Geschichte von Gewalt und von dem, was Menschen in einem modernen Krieg einander antun konnten. Das ist keine Vorvergangenheit, sondern ein verstehendes Wissen, wie wir in die Gegenwart gelangt sind. Am Ende des Romans Der Zauberberg entlässt Thomas Mann seinen Helden Hans Castorp auf die Schlachtfelder des Flachlandes und fragt, ob aus diesem Krieg, diesem Zitat Weltfest des Todes, auch aus der schlimmen Fieber Brunst, die rings den regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal die Liebe steigen werde. Als Thomas Manns Kinder im August 1914 ihre Aufführung der Büchse der Pandora abbrechen mussten, weil der Krieg ausgebrochen war, da öffnete sich für Europa und die Welt ein eigenes Schreckensgefäß. Und in dem gleichen Augenblick entflog diesem ein Schwarm von Übeln und verbreitete sich im Nu über die ganze Erde und nun erfüllte das Elend in allen Gestalten Erde, Luft und Meer, allerlei Fieber belagerten die Erde und der Tod, der vordem die Sterblichen nur langsam beschlichen hatte, beflügelte seinen Schritt. Es bedurfte vieler Irrwege, zahlloser Opfer und schmerzvoller Anläufe um die Extreme der Gewalt wieder einzufangen, die sich seit August 1914 entfaltet hatten, sie zu bändigen und mühsam in eine Friedensordnung zu verwandeln. Wo und wann immer diese Ordnung nach innen oder nach außen gefährdet ist, da sind wir bis heute Erben dieses Krieges. Vielen Dank. Applaus